MIA mit Paper Planes auf 100,6 Flux FM. Bei mir zu Gast im Studio ist Alexander Schuk. Er hat ein Buch geschrieben, das da heißt Fred und Otto unterwegs in Berlin. Es ist ein Stadtführer für Hunde. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja also bitte, als hätten wir hier noch nicht genügend Stadtführer, jetzt müsste auch noch der Stadtführer für Hunde auf den Markt. Alex, aber du hattest einen ganz, ganz bestimmten Grund, warum du gedacht hast, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, sowas zu haben, oder? Ja, genau. Also meine Idee für dieses Buch war, ein Handbuch für alle Hundebesitzer in dieser Stadt zu schreiben, die, die neue Hunde bekommen, aber auch die, die schon längere Zeit Hunde haben. Ich selbst war ja in der Situation, dass ich vor zwei Jahren Otto bekommen habe, einen kleinen Schokolabrador. Ja, total niedlich. Und mit dem Kleinen habe ich dann aber festgestellt, man muss sich die Stadt komplett neu erobern. Also ich wohne seit, sage und schreibe, fast 20 Jahren hier in der Stadt und dachte so, ich habe sie in der Tasche, ich kenne mich aus, ich weiß, wo man hingeht und wie das alles hier funktioniert. Und auf einmal hatte ich dieses kleine Fellbündel da und habe festgestellt, also man fängt an, die Stadt sich komplett neu zu erobern. Und der Türsteher vom Berghain sagt, Otto darf hier nicht rein. Ja, genau. Und dann stand ich da und wusste nicht, oh Gott, wo gehe ich mit Hund abends noch raus? Es sind aber auch ganz viele andere Fragen, wie zu welchem Tierarzt gehe ich, wo gibt es die guten Auslaufgebiete, wo trifft man coole Hundebesitzer und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles so Gespräche gewesen, die man mit den anderen Hundebesitzern führt und ganz viel informelles Wissen wird da so weitergegeben. Und irgendwann dachte ich so, mein Gott, das muss man echt mal zusammenfassen. Kann man zwar sicherlich auch im Internet alles irgendwie zusammen recherchieren, aber hier in diesem Buch ist es jetzt so auf 260 Seiten, alles kompakt mit Themen von Hundekauf bis Sterbebegleitung, Krematorium, alles zusammengefasst, was man fürs Hundeleben in der Stadt braucht. Kommst du aus diesem ganzen Business, aus diesem Genre, aus dem Verlagswesen oder so? Oder hast du mit Schreiben zu tun gehabt vorher schon? Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe für mein Leben gerne und habe einen kleinen Verlag hier in Berlin, den Vergangenheitsverlag, der Sachbücher zu historischen Themen publiziert. Und irgendwie dieses Schreiben oder sich äußern in Büchern, das mache ich seit über zehn Jahren. Und deshalb lag es dann auch nah, ein Hundebuch zu machen. Wie hast du das jetzt aufgebaut? Du hast gerade schon gesagt, du hast also wirklich diverse Themen abgedeckt. Hast hier auch ganz verschiedene Bereiche mit reingenommen. Also ich gucke jetzt hier gerade mal durch. Stadt und Hund, ein fotografischer Streifzug natürlich erstmal. Dann gibt es hier Züchter, Tierheim und Co. Futter und Philosophie, Sitz und Platz, was Berliner Schnauzen so können müssen zum Beispiel. Findest du denn, dass es vergleichsweise anders ist, wenn man in Berlin einen Hund hat, als in einer anderen Stadt zum Beispiel? Also ich glaube generell, dass es so zwei Sorten Hund gibt. Einmal die Stadthunde und dann die Landhunde. Ich glaube in anderen großen Städten ist es ähnlich wie hier in Berlin auch, dass andere Anforderungen an die Hunde und auch an die Hundebesitzer gestellt werden, als auf dem Land. Also auf dem Land habe ich Platz und da gibt es nicht so viele Autos. Die Hunde haben Auslauf und hier in der Stadt muss man einfach was mit den Hunden tun. Man muss sie regelrecht sozialisieren. Man muss Stadthunden auch andere Sachen beibringen als Landhunden. Stadthunde müssen mit Straßenverkehr klarkommen. Die müssen an der Bordsteinkante sitzen bleiben. Die dürfen nur bei Zuruf über die Straße laufen und so weiter, einfach um sicher mit ihnen durch den Alltag zu kommen. Und sie müssen natürlich auch mit ganz vielen anderen Situationen klarkommen. S-Bahn fahren, mit Menschenmassen auf dem Alexanderplatz klarkommen, ohne dass sie durchdrehen und einen Massaker anrichten. Okay und wenn du dieses, also das war ja gerade meine Ausgangsfrage noch bei diesem Buch, wie hast du das jetzt aufgebaut? Ist es schon so ein Imperativ, dass du sagst, Hund muss das und das und das machen oder ist es dann eher so in Erzählform? Naja, es sind Reportagen, Berichte, Interviews mit Leuten, die Ahnung haben, die ich gesprochen habe über die letzten zwei Jahre, als ich das Buch gemacht habe. Also Hundetrainer und alle möglichen Leute, die mit dem Hundegeschäft hier in der Stadt was zu tun haben. Und also meine Position ist jetzt nicht, dass ich sage, man muss das jetzt unbedingt machen und nur so kann man überleben in Berlin mit Hund, sondern ich will einfach eine ganz große Bandbreite an Themen präsentieren, die für Hundebesitzer hier in der Stadt relevant sind. Also beim Thema Futter und Philosophie ist zum Beispiel interessant, dass gerade hier in Berlin, und ich glaube, das ist echt ein Berliner Phänomen, dass die Leute sich Gedanken machen, und kann ich meinen Hund vegan ernähren beispielsweise. Fand ich am Anfang total witzig und dachte so, Hunde sind auch Fleischfresser. Ja, ich finde es auch ein bisschen befremdlich, um ehrlich zu sein. Mein Otto kriegt immer die frischen Putenhälse und sonst was gefüttert. Aber es gibt echt eine Fraktion hier in der Stadt, die sagt so, nein, guckt euch die Lebensmittelskandale an, wenn wir drittklassiges Fleisch hier präsentiert bekommen, was kriegen dann erst die Tiere und so weiter. Und wenn man sich konsequent von diesem Futtermittel- oder Lebensmittel-Business abwenden will, dann heißt es in letzter Konsequenz vielleicht auch, den Hund vegan zu ernähren. Und das sagt eigentlich nur, ich habe also wirklich alle möglichen Stimmen eingefangen. Und mein Ding war so ein bisschen, also einen Leitfaden zu geben, aber jetzt nicht so ein Imperativ. Man kennt es ja schon auch aus anderen Städten, also wenn ich jetzt gerade nach New York schaue, dort wird der Hund natürlich auch absolut kultiviert. Das muss man sagen, es gibt unglaublich viele Hundebesitzer, wo der Hund auch in seiner, ich sage jetzt mal Funktion, das klingt jetzt ein bisschen kalt, aber in seiner Funktion vielleicht auch nochmal anders gewertet wird als hier. Also wer ist der Hund dort? Es gibt unglaublich viele Singles in New York, da wird er zum Partnerersatz im Grunde genommen, auch wenn man sich selber dann oft gar nicht um den Hund kümmert, weil man keine Zeit hat. Da gibt es dann also den Dogwalker zum Beispiel oder dann gibt es den, der den Hund ausführt zum Groomen, wie man so schön sagt, also zum Kämmen, zum Waschen, zum Baden, zum Zöpfchenmachen und alles drunter. Darüber werden wir gleich reden, ob das in Berlin auch schon so ein bisschen in die Richtung geht. Wir machen aber vorher noch ein bisschen Musik von Vampire jetzt hier, Trains. Vampire mit Trains, hier gehört auf 100,6 Flux FM. Wir sprechen über Hunde, über Hunde in Berlin. Es gibt einen Stadtführer für Hunde, jetzt also in Buchform, rausgebracht von Alexander Schug. Fred und Otto heißt dieser Stadtführer, unterwegs in Berlin. Darin, das hat man gerade schon erzählt, werden also wirklich die verschiedensten Themen für Hundehalter, für Hundebesitzer hier in Berlin nochmal so ein bisschen abgesteckt und erklärt. Und wir hatten gerade schon so ein bisschen versucht, den Übergang zu finden. New York, wie gesagt, da wird der Hund total überstilisiert. Ist das in Berlin jetzt auch schon so, dass man den Hund so vermenschlicht oder ist es dann schon auch noch ein gesundes Mensch-Tier-Verhältnis hier? Wobei wahrscheinlich auch die Frage ist, was ist denn ein gesundes Mensch-Tier-Verhältnis? Ja, genau, wollte ich gerade fragen. Also es ist schwierig zu definieren und ich finde, es gibt eine ganz große Bandbreite, wie man mit Hunden in der Stadt umgehen kann, die auch okay sind. Und bei ganz vielen Leuten, auch wenn die sehr weit auseinander liegen, habe ich trotzdem das Gefühl, also es funktioniert irgendwie gut, der Hund ist glücklich, ausgelastet. Aber es gibt natürlich so diese Überspitzung, ja, wo die Hunde dann, ja, mit Hundeparfüm und Ölen eingerieben werden, um den Hundegeruch irgendwie zu übertünchen und so weiter. Und das sind dann so Punkte, wo ich denke, mein Gott, haben die Leute sich wirklich überlegt, dass sie da ein Tier letztendlich auch zu Hause haben, ja, und werden sie dem gerecht dann, wenn sie das mit irgendwelchen Ölen noch einmassieren, damit es nicht so stinkt. Das finde ich dann doch manchmal etwas zweifelhaft. Oder auch solche Tendenzen wie, da kommt ein kleiner Hund in den Haushalt und das wird dann zum Problemkind stilisiert, ja. Dann wird ein Hund von einer Hundeschule zur nächsten gegeben oder muss besondere Dinge und Kunststücke lernen. Und also nicht jede Rasse ist unbedingt dafür geeignet, dann, was weiß ich, auf den Hinterpfoten im Kreis rumzutanzen oder sowas, ja. Oder Gitarrenunterricht zu nehmen. Und Gitarrenunterricht zu nehmen und drei Fremdsprachen zu sprechen und so. Also das sind dann schon so Tendenzen, wo ich denke, da werden die kleinen Viecher schon ziemlich vermenschlicht. Und da wird man ihnen als Tier gar nicht mehr gerecht. Aber grundsätzlich habe ich in Berlin eigentlich das Gefühl, dass hier noch so die Berliner Schnauze, diese Schnoddrigkeit so durchkommt und ein Tier Tier ist. Und an einigen Ecken sieht man natürlich auch andere Tendenzen. Also im Grunewald beispielsweise, so das große Auslaufgebiet, da gibt es so eine Promenade am Jagdschloss Grunewald, da am Sonntag mal spazieren gehen. Also da wird auch aufgefahren. Aufgefahren inwiefern? Naja, also da zeigt man sich. Da kommen die kleinen Gucci-Schihuahuas vorbei oder was oder wie. Ja, so ungefähr. Wie empfindest du das selber? Du hast jetzt also Otto. Otto ist ja leider heute nicht mit hier. Er war verhindert. Er war verhindert, richtig. Liegt jetzt aber wahrscheinlich unter dem Bürotisch und hört zu. Du hast gesagt, als Otto ganz klein war zum Beispiel, war das auch ein unglaublicher Kennenlernmagnet. Also man lernt dann wahrscheinlich wirklich viele Leute kennen, die dann alle so, oh ist der süß und wie alt ist der denn und was ist das denn? Wird es dann irgendwann anders, wenn der Hund groß wird? Ja, schon. Also es kommt auch immer auf die Rasse an. Also beim Rottweiler hatten die, glaube ich, außer wenn die ganz klein sind, dann immer ein bisschen Probleme oder bei manchen Kampfhundarten. Aber bei Otto, dem kleinen Schokolabrador, das fanden alle immer total niedlich. Und so die ersten Monate, also wirklich noch ganz klein, weil ich den teilweise auch tragen musste und so auf dem Arm hatte und so, dann gab es echt Trauben von Menschen, die manchmal um mich herum standen. Ach Gott. Also gerade, ich weiß nicht, also in Spanien oder Italien müssen Labradore auch so voll des Reiz, die Reizrasse sein. Es sind ja auch schöne Hunde. Die sind total toll und auch total lieb und so. Und manchmal war es dann auch so, dass wirklich die Trauben von Menschen auf einen reinstürzten. Also Hunde sind auf jeden Fall kommunikativ und das ist an sich auch total schön. Also ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt und es gibt eine ganz neue Kategorie von Freunden, die Hundefreunde. Ja. Gibt es die in deinem Buch auch? Also hast du da zum Beispiel auch ein Kapitel untergebracht, wo man am besten Menschen mit Hunden kennenlernt beziehungsweise wo man am besten hingeht, wenn man, was weiß ich, Single ist und einen Labrador hat oder mit Familie und einen Rottweiler oder sowas. Gibt es die auch in dem Buch? Ja, es gibt einen Artikel über ein Berliner Startup-Unternehmen, die das zu ihrem Unternehmensziel gemacht haben, Leute zusammenzuführen, die einen Hund haben und auf Partnersuche sind. Dieses Startup heißt Snoophead und das ist eine App, wo man sich anzeigen lassen kann. Also kann man Profile einstellen, kann sich dann einzeigen lassen, wo die Leute gerade unterwegs sind und dann kann man sich verabreden oder sieht auch, ah, der ist gerade im Park und schnell auch in den Park, dann treffe ich ihn oder sie. Also klar, das ist auf jeden Fall ein Thema und wie gesagt, es gibt sogar schon Apps dafür. Ja, du hattest vorhin noch gesagt, es werden auch so ein paar unangenehmere oder traurigere Themen abgedeckt. Also du hast zum Beispiel, das letzte Kapitel ist ja, glaube ich, Gott und die Hundewelt, Trauer und Tod. Inwiefern wird da nochmal so ein bisschen auf den Abschied eingegangen? Also du gibst dann auch tatsächlich Tipps, wo man jetzt ins Krematorium gehen kann oder wo man Hunde beerdigen kann oder was? Ja, also ich bin ja mit Hunden aufgewachsen. Ich kenne es so aus den 70er, 80er Jahren, dass Hunde dann am Ende beim Tierarzt gelassen worden sind und was ist aus ihnen geworden? Sie werden dann zum Abdecker gebracht und sie werden industriell verwertet. So ist es einfach. Und das war auch ganz interessant bei den Recherchen in den letzten zwei Jahren, dass sich das ziemlich ändert und immer mehr Leute finden das total grausam, wollen das nicht und es haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Also es gibt in Berlin ein ganz tolles Krematorium in Pankow. Portaleum heißt das irgendwie und da kann man halt hingehen und hat sogar noch einen Abschiedsraum, wo der Hund aufgebahrt wird. Ach Gott, echt? Man hat die Möglichkeit, eine Sehbestattung zu organisieren. Da gibt es einen kleinen Teich und dann kann man die Asche so ausstreuen. Also das ist schon sehr interessant gewesen, dass sich auch so unsere Trauerkultur ändert und damit wird auch deutlich, also dass generell der Hund eine andere Stellung in unserem Leben eingenommen hat. Er ist viel, viel mehr Familienmitglied, denn einfach nur Tier, das nebenbei läuft. Fred und Otto heißt er, der Stadtführer für Hunde unterwegs in Berlin. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht mit viel Liebe, würde ich mal sagen und auch relativ smart aufgebaut. Schön übersichtlich, kann ich nur empfehlen. Kostet wie viel, lieber Alex? 14,90 Euro. 14,90 Euro und ist ein ganz schön fetter Feger. Also ich glaube, das lohnt sich. Wir haben jetzt aber auch ein paar Exemplare zu verlosen beziehungsweise zu verschenken. Wenn ihr also an dem Hundeführer für Berlin nicht unterwegs, sondern interessiert seid, dann schreibt uns eine E-Mail an win-at-flux-fm.de. Stichwort Hundeführer. Am besten ist es am einfachsten zu merken. win-at-flux-fm.de, Stichwort Hundeführer. Und dann vergesst eure Adresse nicht mit reinzuschreiben. Dann schicken wir euch ein Buch zu. Ich sage erstmal Dankeschön, dass du hier warst, Alex. Das war eine sehr schöne Geschichte. Was gibt es bei dir als nächstes jetzt? Kaufst du dir eine Katze demnächst? Oder ein Meerschweinchen? Das würde Otto nicht mitmachen. Das würde Otto nicht mitmachen, echt? Nee. Meerschweinchen geht nicht? Nee, auf keinen Fall. Oh, okay. Das würde das Fressen bestimmt. Oh, oh. Das ist doch nicht so friedliebend. Kein Familientier, der Otto. Viele Grüße an Otto und dann bis demnächst. Das ist doch nicht so friedliebend.